Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich nenne meine Freundin immer Zuckerschnecke oder süße Maus. Sie liebt Glucosenamen. Wer war der erste Verkehrsdunner der Welt? Jesus mit seinen 12 Anhängern. Rosen sind rot, Feilchen sind blau, ich hab kein Leben, ich schau RTL now. Mein letzter Sex war wie ein 100 Meter Sprint bei den Olympischen Spielen. Was meinst du, nach 10 Sekunden vorbei? Nein, 8 Schwarze und eine Pistole. Heute hielten ziemlich viele Polizeiautos vor den Puff. War wohl Muttertag. Ein Punker steigt in einen Bus ein und sieht dort eine Nonne sitzen. Sie turnt ihn voll an und er versucht sie klar zu machen. Sie lässt ihn abblitzen und steigt daraufhin aus. Eine Haltestelle weiter will auch der Punker aussteigen, als er plötzlich vom Busfahrer angesprochen wird. Hey Kumpel, wenn du diese Nonne wirklich klar machen willst, kann ich dir einen Tipp geben. Du musst um Mitternacht als Priester verkleidet zum Friedhof gehen. Dort wird sie beten und sich dir hingeben. Der Punker bedankt sich, besorgt sich ein Priesterkostüm und macht sich auf den Weg zum Friedhof. Dort trifft er wie vorher gesagt die Nonne, welcher an einem Grab betet. Auf Anfrage des Punkers meint die Nonne, Ja, Herr Priester, ich will mich Ihnen hingeben, aber mir ist heute nicht besonders wohl. Können Sie vielleicht von hinten? Klar, kein Problem, antwortet der Punker und knallt sie daraufhin von hinten. Als er damit fertig ist, reißt er sich das Priesterkostüm runter, lacht die Nonne aus und ruft Haha, ich bin der Punker aus dem Bus. Da dreht sich die Nonne plötzlich zu ihm um, reißt sich das Nonnengewand runter und ruft Haha, ich bin der Busfahrer. Oh, guck mal da, eine optische Enttäuschung. Was machen die Sanitäter, wenn Bambi im Film Atemprobleme bekommt? Eine Reanimation. Frauen alter nicht, sie milfen. Hast du schon den Witz gehört, den man nicht an dummen Idioten weitererzählen soll? Nein, dachte ich mir schon. Wir haben 100 Busfahrer zum Thema Gute Laune am Montag gefragt. 23 Mal Schnauze, 56 Mal Fresse, 19 Mal Raus hier, 2 haben weitergeschlafen. Unzerstörbare Bratpfanne im Teleshop. Kennt man ja, da steht man in der Küche und plötzlich fährt ein Linienbus über die Pfanne. Vor 4 Jahren ist Amy Winehouse gestorben und wisst ihr was? Es ist mir immer noch scheißegal. Chuck Norris masturbiert nicht, er vergewaltigt seine Hand. Chuck Norris rasiert sich nicht, er schärft die Klinge an seinem Bart. Immer wenn ich meiner Tochter Pokémon Witze erzähle und sie nicht reagiert, fällt mir wieder ein, wie top sie eigentlich ist. Eben gesehen, was ein Lego Flughafen im Laden kostet. Wenn man das hochrechnet, ist der Berliner Flughafen günstig. Wie nennt man einen amoklaufenden Philosophen? Alles Töteleß. Einmarsch in vier Wänden, ein Fall für Tine Hitler. Die Lottogewinnchance von 1 zu 144 Millionen ist natürlich ausgedachter Schwachsinn. Sie liegt bei 50-50, entweder du gewinnst oder du verlierst. Da ich mich zwischen Surfen und Tauchen entscheiden konnte, habe ich mich für einen Mix aus beiden entschieden, also bin ich surfen gegangen. Yeah, bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.